Zurück beim Stream von Star Trek Online Es geht jetzt mal ein bisschen weiter Ich wohne, ich hab mir jetzt noch ein bisschen Knuspern geholt Da muss man das Knäuschen Ganz genau, das kenn ich auch noch Ja, kann ich noch, kann ich noch Ich war mir jetzt einfach Ich war mir jetzt nicht nur ein bisschen Ich war mir jetzt noch ein bisschen Ich komm wieder wieder Jettel, ich hab mir hier Das ist schon heftig. Oh man. Aber man kann auch so viel Scheiße bauen. Egal in welchem Spiel. Kenn ich nicht. Sag mir ehrlich gesagt nichts. Wie hieß das Spiel? Ah ja. Satus ist ein 2 war es glaube ich. Kann es sein? Sag mir noch was. Das weiß ich daher von Kilt Boss 2 glaube ich. Oder. Nee ich weiß wie wo ich es kenne. Das finde ich gut. Das hört sich echt gut an. Hört sich echt gut an. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Also Scorpio werde ich mir hundertprozentig noch eine Feuerbrille dazu kaufen. Beim Pack ist es wahrscheinlich nicht zu teuer. Ich denke mal ich mache nicht zwei Sachen. Einmal im Pack und einmal ohne Pack. Kann mir gut vorstellen. Habe ich. Habe ich. Habe ich vor kurzem erst gemacht. Okulose Rift soll angeblich sogar mit der Xbox Scorpion funktionieren. Nee 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 nee. Die Xbox One ist vr nicht ausgelegt. Viel zu schwach. Dafür ist die viel zu schwach. Ich habe richtig gesehen. Die Xbox One ist vr nicht ges Million. Wenn du euch besser wirst. Ich habe nicht gespielt oder mich. Ich bin drei, bis jetzt ein Boom gelegt. Ich bin drei, bis jetzt ein paar Kriste sind. Wie in drei? Ich bin drei, bis jetzt ein, bis jetzt ein Boom geht. Wie in drei ist es ist? Ich bin drei, bis jetzt ein Boom geht. Ich bin drei, bis jetzt bin drei oder so. Und wir sind zwei, bis jetzt ein Team, ein Kafe, brauchen wir jetzt ein paar Mal. Gibst du dich. Was ist passiert? Was ist das? 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 Oh Gott, die mich. Ah, könnte sein. Es gibt ja solche Leute. Hm? Silver not responding? Was zum Teil wird los? Ich wurde rausgeschmissen? Hm? Ich habe jetzt nicht die ganze Mission noch mal machen können. Meine Scans zeigen, dass es ein Kontrollsystem gibt. Ich habe mehr von diesen Automativen. So, jetzt fällt mir aber was ein. Irgendwas wollte ich noch machen? Ach ja genau, jetzt war es wieder. Wozu ist eigentlich die Admiralität? Ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Diese Schweine! Lustig. Auf einmal waren alle aus der Party raus. Ja. Ja. Und was wurde geklaut? Was wurde schönes geklaut? Auch gut. Wollte ich. Aber wieso lassen sie sich sofort an die Gildenbank, Idioten? Ja, habe ich schon häufiger erlebt. Willkommen beim Stream. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.